Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Session. In der heutigen Session schauen wir uns gemeinsam Co-Pilot für Azure etwas genauer an. Was es genau bedeutet, was es ist und wie es, ich sage jetzt mal bewusst, einfach gesagt funktioniert. Ich befinde mich im Azure Portal und bevor wir uns dieser Schaltfläche hier widmen, Co-Pilot, will ich mit Ihnen zuerst einmal besprechen, was ist denn Azure Co-Pilot. Und dazu habe ich eine ganz, ganz kleine und einfache Zeichnung vorbereitet. Okay, einfach, klein, wahrscheinlich etwas untertrieben. Man könnte fast meinen, ich hätte da irgendwie einen zeichnerischen Erguss gehabt. Aber lassen wir das. Lassen Sie es uns angehen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Ich will es mit Ihnen gleich besprechen. Bevor wir uns Co-Pilot für Azure anschauen, zuerst einmal gehen wir einen kleinen Schritt zurück und thematisieren OpenAI. OpenAI, Sie kennen es. JetGPT ist da sicherlich ein starkes Wort. Also hier geht es ja um diese künstliche Intelligenz. Was hat OpenAI gemacht? Ganz simpel und einfach. OpenAI hat eine riesige Menge von Daten gesammelt, diese dann entsprechend aufbereitet. Man sagt auch trainiert. Das bedeutet, da ist viel Zeit verwendet worden, viel Geld, viel Power, viel GPU-Power, um dann das Ganze so aufzubreiten zu einem sogenannten LLM oder Large Language Model. Dieses Large Language Model, lassen Sie es mich einmal so nennen. Ja, ich sage nicht gerne, es ist das Gehirn, aber es ist eben diese künstliche Intelligenz. Nennen wir es mal. Okay, es ist im Prinzip das trainierte Gehirn. So, das hat also OpenAI einmal zusammengestellt. Was jetzt Microsoft gemacht hat, ist folgendes. Microsoft hat eine Kopie erstellt von diesem LLM, also von diesem Large Language Model. Und im Moment arbeiten wir mit der Version GPT-4. Haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Jetzt ist es ganz wichtig, diese Kopie, die Microsoft erstellt hat, die ist Read-Only. Das heisst, die ist in sich geschlossen, die ist komplett fertig. Da wird von Microsoft nichts mehr daran geändert. Es ist allerdings nicht die einzige Kopie, die Microsoft angelegt hat, sondern für jeden Dienst, wo Copilot zur Verfügung gestellt wird, wird eine Kopie angelegt. Also für Microsoft 365 Copilot, für den Defender Copilot, also überall, wo Copilot im Einsatz ist, wird eine Kopie angelegt, eine Read-Only Kopie. Das einmal der Ursprung. So, wie funktioniert nun das Ganze? Schauen wir es uns gemeinsam an. Stellen wir uns vor, das wäre ich. Und ich arbeite mit dem Azure Portal. Und ich habe irgendeinen Kontext gestartet. Das bedeutet, ich habe vielleicht das Setup gestartet, um eine virtuelle Maschine bereitzustellen oder was auch immer. Und dann rufe ich Copilot auf, weil vielleicht komme ich nicht weiter. Das heisst also, mit dem Prompt plus dem Kontext wähle ich jetzt den Dienst aus Azure Copilot. Der ist hier in der Mitte. Und dieser Copilot, dieser Azure Copilot, das ist im Prinzip, wie Sie es hier sehen, es ist der Orchestrator. Es ist das Werkzeug, welches das Ganze orchestriert. So, jetzt also habe ich den Prompt gestartet, beziehungsweise mit diesem Kontext arbeite ich in Azure. Ich habe den Prompt für Copilot und ich habe meine Frage gestellt. Das heisst also, hier gibt nun Azure Copilot diese Frage weiter. Ich müsste hier im Prinzip noch ein Fragezeichen hinschreiben. Auf was kann Azure Copilot zurückgreifen? Auf welche Informationen? Beispielsweise aus den Microsoft Docs. Oder aber, wir wissen genau, dass Azure im Hintergrund verwendet den sogenannten ARM, den Azure Resource Manager. Der Azure Resource Manager ist Control Plane. Alles, was bereitgestellt wird, läuft über den Azure Resource Manager. Der Azure Resource Manager im Hintergrund verwendet auch wieder zusätzliche Funktionen. Zum Beispiel den Azure Resource Graph, dann Service Health, Cost Management. All das sind Bestandteile von Azure, vom Azure Resource Manager. Also, was jetzt der Copilot macht, ist folgendes. Er sendet oder er sucht die Informationen hier in diesen Umgebungen, im Azure Resource Manager. Das heisst also, es kommen dann Informationen zurück. Und zwar sehen Sie es hier. Ich habe das so mal dargestellt, diese Informationen. Das sind die ersten Basisinformationen. Man spricht hier von einem sogenannten Grounding. Dieser Prozess hier, den wir sehen, Schritt 2 und 3, das ist RAG. RAG steht für Retrieval Augmented Generation. Retrieval Augmented Generation. Was genau bedeutet denn das nun wieder? Auch das will ich mit Ihnen gleich besprechen. Und dazu verwende ich eine neue Zeichnung. Jetzt denken Sie vielleicht, oh nein, noch eine neue Zeichnung, auch wieder so viele Informationen. Und stellen Sie sich vor, nein, ein ganz weisses Zeichenblatt. Ja, sehen Sie, nichts ist vorhanden. Lassen Sie uns gemeinsam RAG besprechen. Was genau ist RAG? Ich schreibe es mal hier hin, aber nicht in gelb. Was soll denn das? Das werden wir gleich wieder entfernen. Nicht gelb. So, andere Farbe. Perfekt. So, jetzt haben wir hier also RAG. Was ist RAG? Ich möchte es nochmals aussprechen. Retrieval Augmented Generation. Stellen Sie sich Folgendes vor. Und zwar, das bin ich. Ja, das bin ich. Ich habe in den letzten Jahren oder in vielen Jahren, was auch immer, Bücher gelesen, Videos angeschaut. Also, was will ich Ihnen damit sagen? Ich habe auch Informationen gelernt. Also, mein Gehirn hat gewisse Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Und das ist einmal die Ist-Situation. Also, wir nehmen jetzt mich als Person. So, und jetzt? Jetzt kommt der Kunde. Das war übrigens erst letztens eine solche Situation. Der Kunde fragt mich, ist mein Azure-Portal, welches ich verwende, sicher? Hm. Jetzt überlege ich und überlege, Fragezeichen, ist das Azure-Portal vom Kunde sicher? Woher soll ich das wissen? Ich habe zwar ein gewisses Wissen, aber ich weiss ja nichts über den Kunden. Das heisst also, ich sage dem Kunde, woher soll ich das wissen? Jetzt sagt mir der Kunde, Moment mal, ich habe Zugriff auf das Azure-Portal. Das heisst, ich kann auf das Azure-Portal zugreifen und beispielsweise mit dem Azure Resource Graph Informationen sammeln. Diese Informationen stehen mir, das sagt der Kunde, zur Verfügung. Das heisst, wir erhalten hier eben diese Basis-Informationen. Und jetzt, jetzt kann ich zum Beispiel dem Kunde sagen, hey, ja, ich hätte da einen Plan für dich, beziehungsweise ich hätte da, ja, eine Art Drehbuch, wie diese Informationen aufbereitet werden müssen. Also ich übergebe dem Kunde im Prinzip eine Art Instruktion. Und der Kunde gibt mir dann die Informationen zurück. Also diese Informationen hier. Ich wiederum kann dann mit diesen Informationen arbeiten, in meinen Gedanken. Und schlussendlich, was schlussendlich zurückkommt, das ist dann die eigentliche Antwort. Oder eben der Response. Response bedeutet, ich kann dann vielleicht dem Kunde sagen, hey, anhand der Informationen, die du mir gegeben hast, kann ich sagen, ja, das Azure-Portal, deine Infrastruktur ist mehr oder weniger sicher. Das kann ich dann zurückgeben. Und das ist eben genau, oder in einer Art und Weise, ist das genau RAG. Retrieval Augmented Generation. Und wenn ich jetzt hier mein Ich nehme, dann wäre das im Prinzip das LLM. Okay, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie, lassen wir das Thema künstliche Intelligenz. Ich wollte einfach sagen, das könnte LLM sein. Mein Gehirn oder das, was ich an Informationen habe. Also, jetzt kehren wir zurück zur anderen Zeichnung und dann werden Sie RAG viel besser verstehen. Wir sind zurück bei der anderen Zeichnung und Sie sehen, ich habe hier RAG hingeschrieben. Und was macht Azure Co-Pilot im Prinzip das, was der Kunde beim vorherigen Beispiel gemacht hat? Sammelt Informationen, weil wenn ich von hier aus beim Schritt 1 einen Prompt starte und ich frage Azure Co-Pilot, wie kann ich eine virtuelle Maschine bereitstellen? Und Co-Pilot würde direkt zum LLM gehen. Dann würde da nichts zurückkommen, weil LLM versteht das Ganze nicht. Aber jetzt sind wir ja beim Schritt 3. Wir haben diese Grundinformationen erhalten und jetzt geht es zu Schritt 4. Weil jetzt kann ich mit diesen Metadaten und dem Prompt, kann ich zu LLM gehen, zum Gehirn und sagen, hey, schau mal, das möchte ich. Und jetzt kann LLM mittels den Informationen eine Antwort zurückgeben, einen Response. Und vielleicht muss das LLM noch weitere Informationen haben. Das heisst, das geht dann hin und her und hin und her, bis schlussendlich die Antwort so aufbereitet ist, dass über Azure Co-Pilot dann die Antwort zurückgeht. Hier der Schritt Nummer 6 kommt dann zu mir zurück und ich kann dann anhand den Informationen vielleicht diese virtuelle Maschine bereitstellen, so wie ich es eben von Anfang an gefragt habe. Noch ein paar ganz wichtige Punkte. LLM, diese Kopie hier, hat keinen Zugriff auf die Azure Resource Manager Umgebung. Was auch oftmals die Leute zum, ich sage jetzt mal bewusst, zum Ausflippen bringt, ist, war Azure Co-Pilot, da kann Co-Pilot mir sämtliche Infrastrukturen löschen, entfernen, manipulieren, was auch immer. Nein, überhaupt nicht, weil Azure Co-Pilot kann nur das machen, was der Benutzer an Rechten hat. Also ich zum Beispiel hier, ich habe vielleicht nur das Leserecht, dann kann ich über Azure Co-Pilot nur mit Leserecht arbeiten. Also wir können es vereinfacht sagen, das was ich lesen und sehen kann, kann auch Azure Co-Pilot. Was ich nicht lesen und nicht sehen kann, kann Azure Co-Pilot ebenfalls auch nicht sehen. Das ist ganz wichtig, also Role-Based Access Control ist hier wichtig, weil Azure Co-Pilot arbeitet immer im Auftrag von, also zum Beispiel, on behalf of the user's flow, kann man so sagen. Das ist ein ganz wichtiges Element. So, jetzt schlage ich einmal vor, genug der Kritzelei und der Zeichnungen. Ich werde Ihnen einmal kurz mit ein, zwei kleinen Demos zeigen, wie Azure Co-Pilot funktioniert. Zurück im Azure-Portal, es geht nun um diese Schaltfläche. Bevor wir uns mit Co-Pilot beschäftigen, vielleicht eine ganz wichtige Information noch vorneweg. Azure Co-Pilot oder Co-Pilot for Azure steht noch nicht allgemein zur Verfügung. Das heisst, es ist erst verfügbar, wenn Sie hier ein Anmeldeformular ausfüllen. Mal schnell schauen, hier, what's next? Sie sehen, Microsoft Co-Pilot für Azure steht Microsoft Mitarbeitern zur Verfügung und einer kleinen Gruppe von Kunden. Sie können hier über diesen Link sich anmelden, dass Ihnen dieser Dienst ebenfalls aufgeschaltet wird. Sie müssen da einige Fragen beantworten und ich drücke Ihnen die Daumen, dass diese Anfrage dann angenommen wird, dass Azure Co-Pilot Sie auch testen können. Wir wissen im Moment auch noch nicht, was die Kosten sind, was in Zukunft Co-Pilot für Azure kosten wird. Da gibt es auch noch keine Informationen. Also, Sie sehen, wir sind da sehr früh unterwegs bei diesem Dienst. Wählen wir nun Co-Pilot aus. Zuerst einmal, wir sehen hier, es startet eben dieser sogenannte Prompt. Wenn Sie schon mit ChatGPT gearbeitet haben, dann kennen Sie einen solchen Prompt. Heute gibt es so neue Wörter wie Prompt Engineering. Das bedeutet, wenn ich hier, ich sage es jetzt bewusst, darf ich das sagen, keine Ahnung. Wenn ich hier, ich traue mich wirklich fast nichts zu sagen, wenn ich hier Mist eingebe, kommt auch Mist zurück. Also, das wollte ich schnell sagen. Also, dieses Prompt Engineering bedeutet, je besser wir unsere Frage stellen, umso besser kommt die Antwort zurück. Es gibt aber auch oftmals Situationen, wo man aufpassen muss, wie viel man fragt, weil das wird in sogenannten Tokens abgerechnet und jeder Token kann Kosten generieren. Lassen Sie uns einfach mit diesem Ding mal arbeiten. Zum Beispiel, can you change the theme into dark? Can you change the theme into dark? So, und jetzt? Jetzt geht es los. Sie erinnern sich? Jetzt geht es hin und her, hin und her, hin und her. Jetzt wird es, ah, bingo! Schauen Sie mal, unglaublich! Co-Pilot hat mein theme in dark gewechselt. Wunderbar. Changing theme to dark. So, could you please put it back? Ich möchte das Ganze wieder rückgängig machen. Und, wir schauen, jetzt geht das Ganze wieder hin und her, so wie in der Zeichnung. Und, ha, schon eine tolle Sache, oder? Jetzt ist das Ganze wieder rückgängig gemacht worden. Ich habe vorhin erwähnt, oh, da geht es zum Beispiel noch weiter, ein weiterer Vorschlag. Changing theme to blue. Ah, wäre doch auch eine tolle Sache. Was ich vorhin erwähnt habe, ist dieser Kontext. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten eine neue Ressource anlegen. Zum Beispiel eine virtuelle Maschine. Und Sie wählen Create aus, Azure Virtual Machine. Und jetzt fehlen Ihnen die Informationen, oder Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und da kann Ihnen Co-Pilot selbstverständlich auch helfen. Sie geben hier zum Beispiel jetzt die Frage ein. Please help me with creating the virtual machine. Mal schauen, was da zurückkommt. Schicken wir die Frage los und sehen dann, was uns da Co-Pilot zurückbringt. Also zuerst einmal sehen Sie hier, I can help you, oder I can help guide you through three options. Azure Spot, Low Cost Size, Auto Shutdown. Wow. Option 1. Nein, überspringen wir. Möchte nicht mit Azure Spot arbeiten, also skip. We recommend the standard B2S. Okay, nehmen wir an. Und jetzt haben wir hier eine neue Situation. Wahrscheinlich steht diese Serie, die ich da ausgewählt habe, nicht zur Verfügung. Also schliessen wir das Ganze wieder. Und Sie sehen jetzt, da ist die Size noch nicht angepasst worden. Aber ich erhalte hier weitere Informationen. Also Sie sehen, ich kann jetzt zum Beispiel darauf zugreifen, was ist Azure Spot. Was für andere Sizes stehen wir hier zur Verfügung. Das war jetzt wirklich nur ganz, ganz kleine Einblicke, in was uns alles da zur Verfügung steht. Und jetzt sehen wir hier, the quota request for the standard B2S file, zwei size has been submitted. Also Sie sehen, diese Size steht nicht zur Verfügung. Das Portal, beziehungsweise Co-Pilot hat direkt die Anfrage gestartet, dass ich zu dieser Size komme. Also ist schon wirklich, ja, sehr hilfreich. Also es geht bei Azure Co-Pilot gar nicht darum, irgendwie etwas neu zu erfinden, sondern Azure Co-Pilot soll einfach das Ganze beschleunigen. Sie unterstützen in der Automatisierung, vielleicht effizienter zu werden. Das ist hauptsächlich das, was mit Co-Pilot umgesetzt werden soll. Ich werde hier jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Ich glaube aber, Sie haben gesehen, was uns da zur Verfügung steht. Vielleicht noch eine Möglichkeit oder eine Untersuchung, die ich noch schnell testen möchte, ist... Ich versuche da mal eine Frage zu starten. Could you please list the Azure resource with the highest cost? Mal schauen, ob da noch ein Resultat zurückkommt. Das ist jetzt einfach rein interessenshalber. Open the cost management scope. Pick to change your scope. Open scope selector. Ah, jetzt bin ich schon mal am richtigen Ort. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier die Subscription auswählen. To view the Azure resource with the highest cost, please navigate to the cost management scope. Picker using the provided link, habe ich gemacht. From there, you can adjust your scope and view detailed cost information for your resources. Perfekt. Dann erhalten wir hier die Auflistung von den Ressourcengruppen. Und dann würde ich mal sagen, oder wir sagen einfach mal, select this subscription. Und jetzt bin ich da wieder zurück. Versuchen wir es nochmals. Select. Ja, jetzt kehre ich da wieder zurück. Okay, noch nicht ganz perfekt. Beziehungsweise müsste da selber auch noch etwas mehr Zeit investieren. Aber ich glaube, wir haben den Weg gesehen, wohin uns Co-Pilot führen kann, soll uns unterstützen. Im Azure-Portal vielleicht schneller und hoffentlich in Zukunft auch von meiner Seite her noch etwas effizienter arbeiten zu können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass diese Informationen für Sie hilfreich waren. Und ich freue mich, Sie in einer der nächsten Session wieder begrüssen zu dürfen. Ich freue mich, Sie in einer der nächsten Session wieder um dropping. ee. Untertitelung des ZDF, 2020